Der Weltrekord liegt bei 60 Kisten und den hält seit vergangenem Jahr der Werkstattclub aus Schesel. Beim Bierkisten-Querstapeln geht es darum, Bierkisten in der Waagerechten aneinander zu stapeln. Heinz Röther, ehrenamtlicher Leiter der Fahrradwerkstatt der Jeverschen Integrationslotsen, hat ein Fünferteam aus Flüchtlingen zusammengestellt, um am ersten Jeverschen Bierkisten-Querstapel-Wettbewerb am 12. August teilzunehmen. Pro Kiste, die in der Waagerechten gehalten wird, fließt ein Euro-Spende an die Fahrradwerkstatt des Integrationslotsenvereins. Das Lotsenteam hat am Ende 14 Kisten geschafft. Bis zum Weltrekord von 60 Kisten ist noch etwas Luft, aber das Team hat ja noch Zeit zum Trainieren.